Moin, herzlich willkommen zum Table Read von Staffel 3 von How to Sell Drugs Online Fast im schönen Köln. Wir sind hier gerade in einem Restaurant und gerade ist Mittagspause. So sieht es dann aus. Zur dritten Staffel wurde auch nicht fett aufgefahren. Hier ist Regie am Start, die Showrunner. Genau. Stefan Schmietze ist auch hier. Das ist einer der Autoren. Leonie Schmesselos spielt. Lena Kremke, was ist denn bisher deine Lieblingsszene? Bitte? Deine Lieblingsszene bisher beim Read. Damian Schmadung ist auch da. Welches Buch gefällt dir am besten? Es kommt noch. Die Sechs. Die Sechs. Das große Finale. Open End, vielleicht. Man weiß noch nicht. Wir haben einen neuen Zuwachs bekommen im Cast. Hallo. Hallo. Längsten. Was geht? Wie geht's dir? Gut. Was machst du so? Ich mach gerade... Wo ist eine Hälfte? Deine Nachfolger? Die andere, ne? Dankeschön. Das darf ich leider nicht annehmen, danke. Abstand. Luna Knaller ist auch da. Was geht? Gärt in das Haus. Was gibt's zu essen? So Brot mit so Nissen. Okay. Freust du dich auf die dritte Staffel? Auf jeden Fall. Ja? Wird gut? Stay tuned. Stay tuned. Wie ist es jetzt so, hier in einer riesigen Lagerhalle zu sein und die Leseprobe zu haben? Je nach Fülle. Je nach Fülle. Vielen Dank. Boner Life ist auch am Start. Stay healthy. Genau. Dann hab ich's noch nicht abgeklappert. Florin Zunwill, Schmill ist auch hier. Hallo. Ich bin eigentlich nur wegen des Essens hier. Bitte nicht so nahe kommen. Wegen des Essens, ja. Danke, dass du mit dabei bist. Danke auch, dass du Zeit gekommen bist. Wir freuen uns an dich sehr. Cool, danke. Hey. Hey. So, und äh, Papi ist auch dabei. Und du musst wieder beim Essen stören. Richtig, mein Junge. Papi kommt hoffentlich bald hinter das ganze Drogen-Imperium hinterher und klärt auf, was wir so gemacht haben. So, äh, sagt mal, die Chefs hier, wo ist denn grad Danilo? Der ist krank. Ja. Der ist krank. Dann wünschen wir dem alle... Gute Besserung! Tschüss. 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 Tschüss.